Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge zum Thema Geld, Zeit und Nerven sparen mit einer intelligenten Schließanlage. Mein Name ist Lars Hirte und ich bin Geschäftsführer der Firma Bofferding. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist eine intelligente Schließanlage und worin unterscheidet sich diese von einer herkömmlichen, normalen Schließanlage. Eine Bemerkung vorab. Im Folgenden benutze ich die Begriffe Schlüssel und Schloss. Das ist technisch nicht immer korrekt, ich mache es aber so, weil jeder diese Begrifflichkeiten kennt. Zuerst einmal unterscheidet sich eine intelligente Schließanlage von einer herkömmlichen Schließanlage durch die Technik. Bei einer herkömmlichen Schließanlage sind die Schließfunktionen durch die Mechanik vorgegeben. Ich habe hier mal ein frisch aufgeschnittenes Exemplar. Wenn man den Schlüssel reinsteckt, dann sieht man, dass sich die Stifte im Schließzimmer so einordnen, dass diese eine Linie bilden und wenn der Schlüssel passt, kann ich schließen. Das heißt, durch die Mechanik ist vorgegeben, ob der Schlüssel passt oder nicht. Das Problem ist nun aber, dass Schlüssel und Schloss nachträglich nicht geändert werden können. Das heißt, wie ich auch schon mal erwähnt habe, Schlüssel und Schlösser müssen ausgetauscht werden, wenn die Schließfunktion geändert werden soll. Das ist bei einer intelligenten Schließanlage ganz anders. Die Schließfunktionen werden nur noch als digitale Informationen im Speicher hinterlegt und sind jederzeit änderbar. Ich habe hier mal zwei typische Vertreter von digitalen Schließanlagen auf dem Tisch liegen. Bei dieser Variante habe ich, ähnlich wie bei der herkömmlichen Schließanlage, einen Schlüssel und ein Schloss. Sieht genauso aus wie bei der mechanischen Ausführung. Ich stecke den Schlüssel in das Schloss. Wenn der Schlüssel berechtigt ist, kann ich auf- oder zuschließen. Bei der anderen Variante ist es so, dort habe ich einen Drehknopf auf der Außenseite und dieser ist normalerweise ausgekuppelt. Das heißt, der dreht leer durch. Und wenn ich nun einen berechtigten Schlüssel vor den Drehknopf halte, leuchtet es grün. Der Knauf kuppelt ein und ich kann auf, schließen und zuschließen. Und in den nächsten Folgen gehe ich dann genauer auf die verschiedenen Ausführungen ein. Wenn Sie weitere Informationen suchen, dann klicken Sie auf den Link unterhalb dieses Videos. Bis zum nächsten Mal.